Was, wenn bis heute niemand wüsste? Wie weit die Erde reicht und wenn man sie ganz neu erkunden müsste? Würden wir vielleicht nach dem Wege sie fragen? Würden wir es wagen, ihr zu lauschen, was sie weiß und was sie zu sagen hat? Würden wir wohl unsere Mäster bauen? In ihren grünen Haaren und auf ihren Schultern wie Kinder stehen? Würden wir Vertrauen, ihre Wissen treten? Könnten wir sie leben und all ihre Wunder sehen? Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So würden wir vielleicht von ihren Träumen erfahren, die sie mit den Jahren in den Bäumen aufbewahrt und uns übereignet hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.